Hallo, in diesem Video schauen wir uns an, wie wir uns mit dem Internet der Uni Marburg verbinden können. Genau genommen verbinden wir uns mit dem Edelroom-Netzwerk, das ist ein Netzwerk, das weltweit von Instituten angeboten wird und in das wir uns mit unseren Zugangsdaten einloggen können. Um die Anleitung zu finden, gehen wir über Portale ins Hochschulrechenzentrum und finden hier unsere Devices, mit denen wir uns ins Internet einloggen können. Als Studenten können wir uns in das Edelroom-Netzwerk einloggen und in das OMR-Net. Das ist das interne Hochschulnetz und bietet weitere Services, in dieser Beschreibung geht es aber primär um das Edelroom-Netzwerk. Zum Einloggen benötigen wir unseren Students-Account und den finden wir auf unsere Immatrikulationsbescheinigung oder auf dem Studienausweis, das Kürzel unten auf dem Zettel oder es kann auch alternativ über ein Formular abgefragt werden, das wir an der Stelle mal einblenden. Voraussetzung ist auch, dass eine Internetverbindung besteht, weil wir uns über die Seite von Edelroom ein Konfigurationsprofil herunterladen. Zunächst mal decken wir den Fall ab, wie wir vorgehen, wenn wir uns bereits schon mal mit einem Edelroom-Netzwerk verbunden haben, sei es an einer anderen Universität gewesen oder an der Uni Marburg vor September 2018. Edelroom hat nämlich das Sicherheitszertifikat gewechselt und dieses Sicherheitsupdate ist gut, wenn das jeder installiert hat. So, dann starten wir mit der Anleitung für den Mac und zwar für den Fall, dass wir unsere bisherigen Zugangsdaten entfernen möchten. Bevor wir da aber was entfernen, laden wir erstmal bei bestehender Internetverbindung ein neues Konfigurationsprofil herunter. Dazu wählen wir den ersten Punkt aus der Liste aus, das Betriebssystem wird automatisch erkannt und mit einem Klick auf den Button laden wir das Installationsprogramm herunter. Wenn es sich jetzt versucht von alleine zu öffnen, lehnen wir das erstmal ab, denn wir löschen zunächst mal die vorhandenen Profile. Dazu gehen wir über Systemeinstellungen auf Profile und finden das Profil in der Liste. Das Global Root Class 2 ist das aktuelle Zertifikat. Wenn bei euch etwas anderes steht, dann habt ihr noch das alte und wir sind hier in der Philips Universität Marburg mit dem Edelroom Zertifikat angesiedelt und wenn da eine andere Universität ist, dann entfernen wir das Profil zunächst mal. Das tun wir mit einem Klick auf das Minuszeichen und auf Entfernen. Das System wird euch nach euren Benutzerdaten fragen. Diese bestätigen wir mit OK und das Profil und der Profilbereich ist verschwunden. Damit sind wir auf den Stand, dass wir unser Betriebssystem mit einem neuen Edelroom Konfigurationsprofil einrichten, einen neuen WLAN Zugang einrichten und das ist der dritte Punkt. Hier finden wir auch die schriftliche Anleitung inklusive der Seite, auf die wir gleich gehen werden. Vorher aber ein kurzer Sicherheitshinweis, achtet darauf, dass ihr eure Passworte und Zugangsdaten generell nirgendwo abspeichert und dass die Nutzung über mobile Geräte auch immer ein gewisses Risiko für die Daten darstellt. Dessen sollte man sich immer bewusst sein. Zum Download des Edelroom Konfigurationsprofils gehen wir auf die Seite, wählen den ersten Punkt aus der Liste aus, das Betriebssystem wird automatisch erkannt und das Installationsprogramm lädt dann herunter. Bei manchen startet es automatisch, wenn nicht, findet man es über den Download-Ordner und findet dort das Profil, das ich einrichten möchte. Wie wir sehen, das ist richtig, Philips-Universität Marburg und deswegen können wir das mit Fortfahren bestätigen. Hier ist die Eingabe der Nutzerdaten notwendig, die wichtig ist, die Adresse auf adstudents.uni-marburg enden zu lassen. Mit einem Klick auf Weiter bestätigen. Die Einrichtung des Kabelnetzwerks ist optional. Das ist jetzt erstmal nicht relevant. Wir gehen auf Installieren. Hier auch nochmal der Hinweis. So muss die E-Mail-Adresse enden. Dann wird das System nochmal eine Abfrage machen. Dort gibt ihr euer Administrator-Passwort ein, das ihr auch für den Login verwendet. Und das eDROM-Profil ist nun installiert mit dem aktuellen Zertifikat. In der Menüleiste können wir nun sehen, welche Netzwerke verfügbar sind. Dort können wir uns zum Beispiel mit eDROM verbinden. Wenn wir möchten, dass es sich automatisch verbindet, können wir über Netzwerke gehen, vorhandene Netzwerke sehen und zusätzliche Einstellungen verwenden. Wir können uns ebenso mit dem UMR-Net verbinden. Und damit wäre die Verbindungserstellung abgeschlossen. Wir können uns auch hier in der Audioqualität, BEGIN-EJP3 und BeGIN-EJP3. Wir können uns diese BeGIN-EJP7 ein wenig verbinden. Untertitelung des ZDF, 2020